Musik So, wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten. Sicherlich hätten wir euch noch ein paar mehr Chancen zeigen können. Allerdings ist natürlich auch der Zeitfaktor bei uns auch sehr begrenzt. Deshalb zeigen wir euch natürlich aber trotzdem nochmal dieses Tor hier beim BSV Reden. So, da kam der Einwurf von Hot auf Djuv. Der spielt zurück auf Hotz. Hotz sieht dann Golombek. Der setzt sich durch, spielt dann auf Plaschke. Plaschke auf Franke. Franke legt ab auf Slatko. Der schießt und da ist Mambra Djuv. Goal für unsere Dupenstadtelf. Und es war im Endeffekt dann auch so verdient, weil wir hatten noch einige recht gute Chancen. Reden natürlich in den ersten 20 Minuten immens stark. Aber dann hatten wir endlich mal das Glück auf unserer Seite. Hier, Mandic kann den Ball nicht festhalten und Djuv schaltet halt wie ein Stürmer. Springt da rein und mit dem großen Zehennagel haut er das Ding über die Linie. Ja, war super. Also eine klasse Mannschaftsleistung, sicherlich auch. Wie gesagt, wir haben noch alljährlichen Konterschancen gehabt auf den schwer zugespielbaren Boden, aber nicht gut ausgespielt. Aber jetzt, Freunde der Sonne und der Dupenstadtelf. Am kommenden Samstag heißt es nur ab ins Friedrich-Ebert-Schreit. Fünfte, Elfte, 14.30 Uhr. Derby daheim gegen den TSV Havel sind wir eh nur ins letzte Jahr. Hi, hi, hi. 94 Minuten haben wir 2-1 da gewonnen. Dome Frank hat es gemacht. Das wollen wir nochmal sehen. Also, auf ins Stadion.